so ja wir waren ja hier das letzte mal stehen liegen und jetzt ist natürlich die frage was haben wir jetzt eigentlich als nächstes hier haben wir noch eine story mission glaube ich hast heute viel gepäntet das ist cool also nehme ich mal an dass das gepäntet heißen soll irgendwie habe ich in letzter zeit auch schon wieder probleme buchstaben zu erkennen aber wir ich glaube ich müsste mal das untersuchen dass noch mal beim augen als gepäntet na super dann ist doch klar klasse und wie weit bis jetzt mit deinem bild so haben wir noch ein story ding eigentlich ach komm machen wir das als erstes ich habe ich glaube ich erst mal sowieso lang mein mein mann wenn wir offen oder Wo geht es denn hier rein? Haben die Natur? Da sieht es aus. Da. Fünf Farben fertig, also noch 25 Farben. Na siehst du, das ist doch cool. Das ist doch richtig gut. Ja, die 25 Farben kriegst du auch schnell. Warte mal, eigentlich können wir doch... Hallo, Marc. Hallo, Marc. Oh ja. Eine gute Waffe. Haben wir. Eine gute Waffe. So, dann können wir los. Waffen sind hier ein bisschen ausgerüstet. Oh ja, super. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Wir laufen am besten zum Fuß, oder? Was meint ihr? Autos waren wir sowieso nur kaputt. Bei meinem Talent. Hey, kannst du mir bitte helfen? Und wie soll ich das reparieren? Und wie soll ich jetzt nachsehen? Soll ich hexen? Egal. Lass sie stehen. Können sie bloß laufen. Nein. Nein. Du sollst nicht runterrutschen. Du sollst doch hochkledern. Da haben sie es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer gemacht. Das bedeutet nichts Gutes. Wenn es nun ein Schwein ist oder ein Müllschwein ist es in Ordnung. Aber wenn es ein Puma oder ein Tiger oder irgendwas gibt, ist es nicht gut. Ich bin so 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 gut. Mich hat eine Spur. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Jetzt geht es mal. Ja? Hier drüben. Ja? Jason Brody? Gott sei Dank. Danke. Meine Tochter wurde entführt. Wo ist sie jetzt? Weit, weit weg. Ich weiß nicht. Ja. Die Orchideen blühen. Okay, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, da ist er. Okay, runterrutschen. Ja. Au. Das knacken, ne? Das finde ich immer eklig. Das finde ich in echt aber auch eklig, ne? Also nicht nur im Spiel, sondern wenn einer in echt vor mir stehen würde und knacken würde, würde ich es auch eklig machen. Okay. 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 Was soll ich eigentlich machen jetzt? Okay. 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 Er ist down. Okay. 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 ja bei mir geht soweit ganz gut ja, ich habe einen guten Tag gehabt ich hoffe, dein Tag war auch gut so, jetzt haben wir ein Foto ja, ich habe müssen ja, ich will das ich will das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, hier geht es aber nirgendwo rein, ne? Okay, hier geht es aber nirgendwo rein. Okay, hier geht es. Ah, okay. Ganz clever. Nein! Gut, ich bin ja nicht tot. Ha! Noch nicht. Darf ich mir das Auto von euch ausweigen? Danke. Ich bringe es euch nicht wieder. Muss ich nicht noch mit ihm sprechen hier? Nee. Okay. Warte mal, dann können wir auch da hinreisen. Gucken wir uns einfach hin. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 What the fuck is that stone? Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, jeder der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! In der Mitte von diesem Fall? Deutlich genug! Viel Spaß für uns! Jetzt darf ich aber, ne? Okay Au! Alter, ernsthaft! Toll, ich hätte mal auf die Mine achten sollen, ne? Ah, helllich! Diesel, Attack! Ich habe mich über das Netzwerk nicht verwendet. Was du mit dem Bioden? Now schon mal schauen, jetzt mal gucken, wenn du dich nicht verwendest. Ich werde mich über die Bioden erfunden. Wenn du also mit den Bioden nicht schmerst, hast du etwasartigen, was ich noch nicht verwendest. Wenn du hier um den Bioden nicht nach Hause in 150 Minuten berwenden, schmerzst, rüberfälle verwendest. Ich habe mich über diese Bioden nicht wieder nach 300 Sekunden mit dem Bioden nicht verwendest. Das war wieder knapp. Wir müssen das Feld überqueren! Überhörst du mir, du Ficker! Ja, lass dich doch nicht erwischen, die Pollen rum! Toll! Toll! Einfach nur tolle, lästige, schießende Vorgang! Mann! Ja, lass dich doch auch! Wow! Die schießt auf mich! Was ist denn jetzt lang, oder? Gut. Mach dich, du Fester! Du verdammte Scheiße! Komm, Eck! Ah, Splend! Hilfe ist wieder warm! Attacker! Wo bist du? Oh! Oh! Oh ja! Moni! Brauchen wir! Oh! Deck mich während ich suche! Mach schon! Ich finde die Dokumente nicht! Beschäftige sie! Lassen jemand beim Haus! Mach dich! Mach dich, du Fester! Mach dich, du Fester! Mach dich, du Fester! Ich suche noch! Wir haben alles auf den Kopf gestellt! Scheiße! Feuer! Alle meine Sachen! So ein Chaos! Beschütz mich! Ich suche noch! Holt euch die Schenke da beim Haus, ihr Blüterfjörn! Wo bist du? Jetzt bist du dran! Steinmann und zeig dich! Steinmann und zeig dich! Die Schenke! Steinmann und zeig dich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das wird langsam und fahrvoll! Der Steinfunk, wenn ich will! Hast du es gefunden? Hier ist es! Ich hab' das Transportverzeichnis! Mann, endlich! Ich fotografiere das mal für Willis! Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen! Entschlüsselte Koordinaten gesendet! Oliver ist auf der alten Straße! Gut, bin unterwegs! Okay, so, dann schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, okay. Dann füllen wir erst mal alles auf. Ernsthaft? Was machst du denn hier? Wer nimmt denn ein Häppchen von mir? Ich glaub es nicht. Ich ahne, wirklich schlimm ist, dass noch irgendeiner ist in der Nähe. Wir gehen erst mal rein und füllen wieder auf. Okay, come on now. Okay, come on now. Ich brauch einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Okay, come on now. Ich glaub ich hab ihn getroffen. Aber was rennt er denn auch dahin? Ja, also. Der Vorsprung ist perfekt. Wo ist Oliver? Lieber warten, bis ich ihn sehe. Da ist er. Lass ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Sie dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Auf, Alina, los! Du gehörst mir, du pick-at. Was? Woh! 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 Jens, Jens! Attack! The Yuga drop! Find attraction! Now fight him! Demonstration! Ja! Geh weiter! Hi Taupsi! Die Grafik ist schon super, ob die Roten passiert. Meinst du so? Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Ja! Geh weiter! Ich habe da eine Pistole mit Scheitern und Fernseher. Da merken die gar nicht, von wo der Schuss kam. Stimmt! Aber noch vorliegen. Der war gut. Wie war dein Tag? Mein Tag war super! War interessant. War lustig. Und so. Achso. Ich hoffe euer Tag war auch gut. Also... Ich hoffe dein Tag war auch gut. Und von allen anderen auch. Und so. Oh! Wir sind wieder, Rinker! Drugs! Nerf! Ich hab der Straße! Oh! Überall! Setz dir ab! Wir sind gerade! Ja! 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 Boah! Oh! Ja! Der ist ja auch auf den Radfall! Ja! Der ist ja auch auf den Radfall! Oh! Oh nee, ne? Ja, du komm, halt dich oder heil dich. Super. Und die haben meinen Vater erpresst. Also, heute habe ich den Rambo-Bogen gekauft, mit dem man sogar Hubschrauber holen kann. Cool, ich bin echt interessant. Also, ich habe ja neulich bei dir mit reingeschaut, wenn ich darf, wo ich im Unterricht saß. Also, natürlich, ne? Im Nerd. Ich habe nebenbei dann zugehört. Ja, ich fand das sehr interessant. Und ich finde auch die Grafik von Farquay 6 eigentlich ganz cool. So sie mir optimal. Okay. Das klingt dann nicht so super. Hey Mädels! Schön wieder bei euch zu sein. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Der Trätzt. Das ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm! Hey. Ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du fehlst mir. Okay. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst. Aber ich... Mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, ja. Was Gutes. Haben wir hart gearbeitet. Und ich hab dir einen Studiojob besorgt. Ich hab Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Ja, das ist manchmal nicht einfach, ne? So. Ich habe deinen Freund gefunden. Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich momentan, glaube ich, hier noch gar nicht rüberkomme. Du musst nur wollen, was möchte ich wollen. Weil da oben ist die nächste Mission, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt mittlerweile da rüberkönnen, also hier, weil das letzte Mal, wo wir versucht haben, dort rüberzukommen, zum Turm, da hat er mir angezeigt, dass wir hier das Gebiet verlassen und hat mich wieder zurückgesetzt. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich durch die Story-Mission nochmal freigeschaltet, die wir dann zusätzlich machen. Wir haben, glaube ich, auch Fähigkeitspunkte. Warte mal. Was kann ich hier herstellen? Ah, okay. Ja, aber ich brauche immer noch ein Tingo, weil... Ein T niew accused, ich brauche immer noch ein T**** mismo, ich brauche immerne du- Aber ich brauche riesig. Hmm. Okay. Ja, das kann ich leider nicht beurteilen. Da habe ich jetzt nicht viel gesehen. Ich muss ganz aber ehrlich sagen, Parkway ist ja hier für die One noch mal rausgekommen. Also, ja, also ich spiele jetzt nicht die 360-Variante, sondern ich spiele jetzt hier die Parkway 3 Classic Edition für die One. Das muss man ja dazu sagen. Ich habe hier eine Nachricht. Oh, nicht schon wieder sowas. Warte mal, kann ich das löschen? Ja, hier. Löschen, ja. Und Hallelüchen, Pannel, na? Wie geht's? Wie steht's? Also. So. 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 Alles gut, ich habe das auch nicht böse gemeint. Ich habe das auch gar nicht böse aufgefasst. Aber wie gesagt, ich kann das halt nicht beurteilen. Ich kann jetzt nicht über ein Spiel beurteilen, sage ich mir immer, wenn ich selber noch nicht gespielt habe. Ich habe zwar das bisschen, was ich gesehen habe, sah echt nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, die One Edition, klar, auch wenn ich jetzt auf der 360 spielen würde, würde wahrscheinlich das Spiel gar nicht schlecht aussehen. Weil ich glaube, die 360 Spiele kriegen ja auch, wenn ich mich nicht täusche, immer so ein Update, ne, für das, sag mal schnell, dafür, dass du dann praktisch auf eine höhere Konsole sagst, glaube ich. So ein angepasstes Grafik-Update. Also ich glaube, bei Red Dead Redemption 1 war das so, dass ich glaube ich ein Grafik-Update installieren musste. Also ich habe das Spiel reingelegt und dann hat er mir automatisch schon was installiert und ich denke mal, das war einfach nur ein Grafik-Update oder irgendwas in der Richtung. Dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu! Ich will nur Key! Jason, Jason, Jason! Wir sind doch nicht alles wilde hier! Ja, mir geht es soweit auch ganz gut mit Mercy. Nur ein bisschen warm, ne? Aber ich glaube, so geht es uns allen in der Straße. Und was soll das sein? Gut zum Streamen! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Ja, wenn es draußen noch nicht warm genug ist, ist dann der Raum, wo der PC und die Konsolen stehen warm genug. Auch ein paar Spätes ist dann... Deutsch? Ein Deutsch? Das ist kein scheiß Deutsch! Das ist Kunst! Naja, bei uns ist das jetzt wieder egal. Da steckt mehr Geschichte drin als in eurem Nachpacken! Echt? Ist ein bisschen kühler geworden, oder? Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Ich fühle doch nur den Schick. Du, dafür bin ich auch echt dankbar, Topi! Alles gut! Wie gesagt, ich bin auch dankbar dafür. Nein, nicht in verfickten Deutsch! Seine Position! Ja, angenehm kühl! Ja, dann schick mal was von dem kühlen Wetter rüber, bitte, an alle hier! An Taubsee ein bisschen kühles Wetter, an McDirk ein bisschen kühles Wetter, an Petra ein bisschen kühles, äh, also ein bisschen kühle, äh, Temperaturen. Mein der TV-Panel. Achso! Ja, dann, äh, ja, hast recht. Er könnte auch mal wieder streamen, ne? Da hast du recht. Mercy weiß Bescheid, ne? Hier, stream! Nein, alles gut. So wie du willst, so wie du Bock hast. Alles gut. War trotzdem guter Scherz. Mercy, hast du jetzt... Ja, das glaube ich, alles gut. Äh, guck mal, du musst ja auch dazu rechnen. Du musst ja die Temperatur draußen berechnen, du musst die Temperatur drinnen berechnen, die ja von deinem PC, Konsole und allen technischen Geräten entsteht. Das ist echt Hölle. Das ist ja echt höllisch warm, ne? Ähm, wenn du dann halt nicht irgendwie jetzt, äh, einen Trick 17 hast, einen Ventilator grad im Zimmer hast, oder so wie ich jetzt hier eine Jalousine, die die Wärme von draußen ein bisschen aufhält, ähm, das ist natürlich, äh, ja, wenn die Sonne dann direkt auch reinscheint und die komplette Wärme reinkommt, äh, dann, ja, viel Spaß. Dann hast du eine richtige geile Sauna zu Hause. Dann kannst du richtig schön schwitzen, ne? Aber, ähm, ja. Es kommen auch wieder kühlere Tage. Das ist ja, ne, das ist ja abzusehen. Ja, siehste, das ist so gut. Ja, am Tag sind ja bei uns auch alle Türen auf, ne? Wenn wir nicht da sind. Wenn die Ventilator nicht die Tage immer. Ja, bei uns, äh, in der Umschulung auch, ne? Wir haben extra Ventilator reingekriegt in unserem, ähm, Bereich, wo wir sind. Tatsächlich. Und, ähm, ja. Da läuft dann der Ventilator auch die ganze Zeit. Ähm, morgens, wenn wir kommen, lüften wir dann auch einmal. Weil, ich hab mal gelesen und ich hab auch von den anderen gehört, es ist ganz gut, wenn du morgens einmal so richtig Stoß lüften machst und dann am Tag eigentlich das Fenster zulässt. Oder es ist mindestens auf Kippe. Weil die Wärme sich somit nicht im Raum, äh, sammeln kann. Und, ja, wenn du dennoch einen Ventilator hast, dann ist es natürlich noch besser. Ah, shit, okay. Das Faden müsste ich noch mal üben, ja? Das Faden müsste ich hier noch mal üben. Sind ich sicher, dass ich da rauf muss, auf den Schirr aufkommen? Da sind doch Haie, ne? Ah, shit! Okay. Wie war das jetzt? Sind sie sicher, dass ich da rauf muss? Äh, ja, jetzt muss ich rauf, ob ich will oder nicht. Ja, gut, das kommt noch dazu, ne? Das ist ganz schön riskant, was ich hier mache, ne? Pass auf, gleich kommt ein Hai und schnappoliert mich weg. Guck, ich glaube die Nutzer hat den Kripper verpasst. Ich glaube die Nutzer hat den Kripper verpasst. Ich das hasse! Scheiße, wessen Leiche ist das denn? Was ist denn? Wollt ihr mich verarfen? Das ganze Gelache, wir müssen Scheldung machen und so! Und jetzt hört keiner zu! Was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt ein bisschen Wind! Oh, der war gut! Heute kam mein Führungszeichen aus... Warte mal! Heute kam mein Führungszeichen aus Bonn. Ich muss es morgen in der Firma abgeben. Ach echt, du brauchst ein Führungszeichen? Okay! Krass! Okay, warum brauchst du ein Führungszeichen? Stimmt das eigentlich, dass man mehr als 200 Euro haben muss? Bis Twitch das Aushalt? Äh... Nicht, dass ich wüsste damit 200 Euro. Soweit wie ich weiß, musst du 100 Euro haben. Glaub ich. 100 Euro, ja. Also... Ja. Genau. 100 Euro. 100 Euro musst du haben, damit Twitch das Aushalt. Ja, ich brauche... Ja, ich brauche... Ja, ich brauche... Ja, brauche ich... Wollen heute die meisten von... Ah, ok. Krass. Sollte ich denn auch schon mal vorsichtig halbe eins einfordern? Aber ich habe auch nichts drin. Also das letzte Mal, wo reingeguckt worden ist, mein Führungszeichen ist, habe ich auch nichts drin gehabt. Höchstens Zettel wegen Falsschlagen. Höchstens Zettel wegen Falsch. Aber sonst... Und... Ja, stimmt. Das hatte ich damals, wo ich bei Amazon gearbeitet habe, auch. Das... Da musste ich ja auch ein Führungszeichen das ablegen. Weil... Wegen Betrug und so eine Sachen. Und... Weil die haben das überprüft, ob du schon mal einen Betrug hatte. Oder so. Ne? Oder ob du was anderes an Strafstatt hattest. Weil sonst hätte ich ja bei Amazon nicht arbeiten dürfen. Früher. Und... Da haben die von der Firma auch gesagt, ja, ihr kriegt die 13 Euro dann wieder. Ähm... Ja, das war ja auch... Ach, das ist ja auch kein Problem. Wenn du das halt für die Arbeit brauchst, dann brauchst du das für die Arbeit halt. Ja, sag ich mir immer. Ja, das war ja auch... Man weiß ja ungefähr, ob man sich was zu Schuhen kommen lassen hat oder nicht. Tachin, Gute Nacht Ich wollte gerade sagen, da stehen jetzt drei in Reihe und mit, oder? Ich hätte mal treffen sollen. Okay, ich musste mal eine andere bauen. Oh, die ist richtig geil. Die macht good damage. Ich liebe diese Waffe. Kein Kommentar, warum? Oh, was? Oh, was die verstecken? Oh! In zwei Wochen bekomme ich meinen ersten Ton. Na, siehste. So wie ich dich kenne, weiß ich auch schon, was du damit machst, und zwar Essen kaufen. Sorry, musste sein. Ja, das sind so die alten Laptops. Kauf dir neun, der ist schneller. Oh oh. Oh. Einkaufende Zeit? Ja. Weiß ich. Auf jeden Fall. Aber ich mag keinen einkaufen, ehrlich. Witz kaufen. Ne, nicht unbedingt. Also, alles gut. Ich mag aber echt keinen einkaufen. Also, ich auch, ja. Ich geh auch wirklich immer nur einkaufen, wenn ich wirklich mal was brauche. Und dann walze ich auch ungefähr immer, was ich brauch. Und dann geh ich da schnell rein, lauf da durch. Und bin dann einfach nur froh, wenn ich da raus bin. Weil ich mag das einkaufen überhaupt nicht. Gerade auch nicht bei dieser Temperatur, das ist ja richtig Hölle. Außer wenn du natürlich Geschäften hast, wo du dann schön, ähm, Klimaanlage hast. Dann würd ich da auch echt lange stehen bleiben und drin sein vor allem. Das wird nicht lange halten. Aber, ähm. Ansonsten mag ich echt nicht das einkaufen. Ich mag auch nicht shoppen gehen. Also, ich bin da wahrscheinlich auch einer der wenigsten Frauen, die das mögen. Ähm. Hm. Ne. Wie gesagt, ich kauf, wenn ich wirklich einkaufen gehe oder Klamotten shoppen gehe, kaufe ich auch nur noch das, was ich brauche. Dann weiß ich das ja meistens. Und dann wird das einmal gekauft und dann ist gut. Ist genauso mit Schuhen. Die Schuhen werden auch gekauft, getragen. Und erst wenn sie kaputt sind, werden da neue gekauft, ne. Also, ähm. Ja, und selbst dann trage ich sie auch noch relativ lange. Solange sie ja nicht komplett durchgelaufen sind, ne. Wenn es jetzt nur ein bisschen, ja, abgenutzt ist, äh, geht das ja noch alles. Aber, wenn jetzt wirklich, äh, schon, weiß ich nicht, nassere Füße kriegst oder Schmerzen in den Füßen, weil die Steine schon durchkommen, dann sollte man sich auf jeden Fall neue Schuhen kaufen. Du müsstest ja dann eigentlich auch bald effiliert werden, ne. Du hast ja die Follower's halt schon erreicht, oder? Es werde Licht. Ja, gut, sagt dem, äh, Spielecharakter das. Ich bin ganz froh, dass ich noch nicht in dieser Lage war. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf! Na los! Na bitte. Hast du mein Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird uns aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Das Tattoo ist cool, ne? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Geil. Keith braucht mich. Okay? Adios. Also von den Sprüchen her, finde ich Far Cry 3 immer noch echt geil. Das Gerät sagt, folge dem Kompass. Aha, herrlich. Ja, das wäre cool auf jeden Fall. Aber wie gesagt, guck erst mal, wie es dir geht. Und wie gesagt, wenn es nicht gehen sollte, dann machst du halt noch ein Ruhigen. Und wenn du live gehst, das wäre cool. Dann schau hier auf jeden Fall mit rein. Hast du das eigentlich schon mal mit deinem Steam-Account geklärt, Mercy? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass du bestimmt auch irgendwann mal ein anderes Spiel spielen willst oder so, oder? Nein, ja. Guckt mal, ein Teddybär. Weil du dich ververteilen, ja. Ja, ich kann mir dazulieren, ja. Weil du dich vertreten. Duarte mal! Nee, das ist gar nicht. Alles ist gar nicht. Der Mann bleibt gleich. Der Mann sagt, was ich? Das ist Beat. Der Mann sagt, was ich da. Was soll denn das, wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason, Jason, Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein scheiß Spiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier, aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Wer sagt denn, dass er einen Hemd anhatte? Ich hatte ja auch ein T-Shirt an. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die scheiß Japse, ja, die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem scheiß Dreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Auf jeden Fall achtet schön, dass ihr viel betreten bei der Hitze. Das sieht ja mal richtig geil aus jetzt hier, der Himmel bei uns. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Das hat sich jetzt hier alles so so richtig gelblich entwickelt, äh, beendet hier vom Himmel her. Also, sieh, das ist richtig gelb. Also, so gelblich-beige oder wie man das nennt. Äh, das sieht cool aus, wenn man rausguckt. Aber ich glaub, da kommt heute Nacht oder spätestens morgen richtig Regen. Das hatten sie, glaub ich, bei uns auch angekündigt. War ja jetzt so lange warm und total heiß und von den Verhältnissen halt kaum zu ertragen. Und ich glaub, jetzt haben sie es aber auch angekündigt gehabt, Donnerstag oder Freitag, dass es dann ordentlich was runtergibt an Wasser, Wetter und so. Wird ja auch mal Zeit, ne? Für die Änten und so. Für die Wälder. Ah, shit, die Schlange hab ich jetzt nicht gesehen. Ah, shit, die Schlange hab ich jetzt gesehen. Ah, shit, die Schlange hab ich jetzt gesehen. Hier steht einfach nur Schengen. Oh, scheiße! Mars-Männer sind hier? Sorry, ich hab das nicht da hingeschrieben. Das war Twitch. Meine Presse! Wer meine Kameraden abknallt! Ich geh mal an! Ich geh mal an! Ich geh mal an! Abbo verlängert auch noch, kommt. Alles gut. Übrigens, Mercy, was ich hier schon mal erzählen wollte, dadurch, dass ich ja jetzt die Umschulung mache, ja, leise, eigentlich wollte ich leise durch, aber dadurch, dass ich jetzt die Umschulung mache, habe ich ja auch noch zwei Leute aus dem IT-Bereich da sitzen und der eine, der hat jetzt so einen gehosteten Teil, also der hat selber so ein Teil gebaut, wo du selber hosten kannst. Sag dir das was? Also, die bauen das auch noch mal in der Umschulung zusammen, das ist schon so ein kleines Datenteil, darüber kannst du deinen Server hosten und so. Fand ich ganz interessant, das werde ich mir dann mit angucken, wenn sie das zusammenbauen. Ja, Server hosten ja, aber kennst du das, Die haben da im IT so einen Kasten mit Bauteilen, und... Ja, so ein kleines Teil, so ich weiß gar nicht, was das ist. Er hatte mir das neulich gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, ich habe den Namen. Das ist so ein kleines Teil, also die haben so einen Baukasten bekommen, da sind so technische Sachen drin und da bauen sie so ein kleines Datenteil zusammen, im IT-Bereich, mit so einem kleinen Computerschip drin und das soll ein Server hosten, also das ist so ein Server-Daten-Ding. Ja, kann sein, dass das ist. Ich kann auch nochmal genau nachfragen. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus und wenn sie das zusammenbauen, dann werde ich mir auf jeden Fall zugucken. Verdammte Scheiße! Ich nehm mir das Ende! Ich nehm mir das Ende! Wow! Puh! 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 10, metals, garen kann du nicht sagen. Urlaub, preis vor bruschegr kunne Koglykde. Was? Was? Garba? Ja, sowas ähnliches. Genau, sowas. Sowas haben sie da im Kasten und sowas müssen sie dann zusammenbauen. Das war nochmal knapp. Ja, gut, ich möchte jetzt nicht noch einen zweiten PC hier stehen haben. Ich meine, dass Streaming und das Spielen über den PC geht, ist alles super. Ich muss keine eigene Server über den PC rosten. Aber er meinte halt, er könnte dann praktisch eine eigene Webseite und so darüber laufen lassen. Weil er da schon mehrere Webseiten und Mailadressen-Sachen betreut. Oh, ein Erfchen. Bist du jetzt mein neues Haustier? Mein Erfchen. Ähm, also er hat darüber auch Webseiten laufen und und und. Ach, scheiß, scheiß, scheiß Schlange. Und er hat halt auch Mailadressen, ne, drüber laufen. Ich habe jetzt von ihm auch meine eigene Mailadresse bekommen. Also eine richtige eigene Mailadresse, ne, also nicht jetzt hier Gmail und so, sondern wirklich mit DSP-Production komplett. Ja, davon habe ich ja keine Ahnung, ne, ich bin ja kein IT-Fachmann oder Frau, ich bin ja eine Mediengestalterin und eine angehende. Ja, er hat ja mehrere, er betreut ja auch mehrere und er kann halt darüber praktisch eine Mailadresse und so alles, ne, anlegen. Und dadurch, dass ich ja für seinen Vater den Flyer mache oder gemacht habe und die Visitenkarten, hat er jetzt gesagt als Dankeschön, dass ich, äh, auf seinen, äh, Server die Mailadresse hosten kann und auch, äh, meine Webseite, wenn ich jetzt praktisch jetzt in, in der Ausbildung anfangen zu schreiben. Ne, ich, äh, ich werde ja in der Ausbildung auch meine Webseite schreiben. Das werde ich ja alles learning with doing machen, da freue ich mich auch schon richtig, richtig drauf, auf Webseiten schreiben und gestalten. Und ja, dann werde ich das wahrscheinlich darüber laufen lassen in Zukunft, wenn er mir das schon anbietet, warum nicht? Ist doch cool. Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Schöne ist, er erklärt mir das dann auch, ne, also wenn er was macht oder so, er erklärt mir das dann auch, was er macht und, ähm, ja, umso mehr Leute man da hat, die sich damit auskennen und so besser ist das natürlich für einen, wenn man mal was irgendwie nachfragen muss, ne. Ja, ich weiß, äh, du musst halt nur diese, äh, äh, Programmiersprache, glaub ich, ne, können. Da war das bei html, wo du die Sprache kümmern musst? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall freue ich mich. Ich freue mich drauf, wenn wir das machen. Ich weiß auch nicht, warum der unterbrochen, ja, ich weiß auch nicht, woran das lag jetzt. Liegt das jetzt an dem Wetter, weil das so warm ist, oder woran liegt das? Das soll nicht funktionieren. Bitte noch nicht zerbrauchen. Ja, Programme stützen wir immer ab, ja, du guckst, okay, da hast du recht. Ja, hoffen wir mal, dass er jetzt noch mindestens eine halbe Stunde standhält, ne. Ist es das, wonach ich suche? Scheiße. 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 Eh, ich settled. Okay, schön langsam. Okay, schön langsam. Schön langsam. Okay. Schön langsam. Okay. Schön langsam. aber müsste er denn nicht im vorfeld irgendwie ein problem anzeigen oder so findest du mich immer ich habe natürlich so nicht so große ahnung also normalerweise wenn irgendwas ist ich spiele einfach noch eine runde ich hab nur diesen ring gefunden ich bin der passt auf den kompass ja nicht so lange jetzt nicht irgendwas mit meinem pc ist dass das jetzt irgendwie in den nahesten kommt oft passiert das ding ist echt verhext mein herz bebt vor vor freude ich sehe dich dann jace weil ich weiß ja nicht wie es aktuell mit computerteilen aussieht okay Er ist schon wieder weg Jo, mach ich. Meinst du, dass das daran liegt? So, wie sieht's denn aus hier? Fahrzeuge haben wir nur noch eins, was uns fehlt, das ist cool Erworbene Waffen haben wir auch nicht mehr viele Fähigkeiten Ein bisschen noch Storyaufgaben haben wir nur noch vier Ja, eigentlich macht er das automatisch, weißt du Aber ich prüfe das nachher trotzdem noch mal Übergaben haben wir nur noch sieben, die wir machen müssen Zweiter Sieger haben wir noch ein bisschen mehr Prüfung haben wir auch nicht mehr viel Gesuch tot haben wir auch nicht mehr so viel Speicherkarten haben wir auch nicht mehr viel Briefe müssen wir noch auf jeden Fall noch ein bisschen was machen Ohne Relikte Außenposten haben wir natürlich noch ein bisschen was Aber Funktümer haben wir auch nicht mehr viel Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ähm Oh Gott Immer dieses Aufstoßen von kohlensäurehaltige Getränke Getränke wie Wasser Oder Ähm Halt alles was Kohlensäure hat Aber aus dieser Fähigkeiten können wir uns nicht mehr vergeben, das ist gut Das ist gut Oh Okay. Muss ich nicht verstehen, warum die da rumballern, oder? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir mal rein, was erwartet uns hier schon? Warte mal, kommen die Leute das duken? Nein. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Du kannst ja gar nicht. Sieht gut aus vom OPS, ne? So, kommen wir mal. Du kannst ja gar nicht. Sieht gut aus. 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 Sieht gut aus mit den Menschen hintermáchieren. Sieht gut aus. Ja, leck mich am Arsch! Ich hab absolut nicht vor, mich grillen zu lassen. Nein, nicht. Achso. Ich dachte... Wir haben eine Muni, wenn ich meine. Sieht doof aus, fast ohne Muni. Oh mein Discord, aber pssst. Okay. Warte mal. Musst du erst mal ein Discord starten? Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das habe ich schon mitgekriegt. Muss er wissen. Muss man wissen, ob man das macht oder nicht. Alles gut. Hat er ja auch selber schon gesagt. Scharf schützen. Ich muss langsam machen. Oh mein Gott. Wo ist der Hinwand? Was ist auch wahr? Findet das? Halte das mitgekriegt. New Tag. Wenn du das mitgekriegst bist. Hier. Schwimmst du es? Die Wesen sind wir, die Wesen. Was haben Sie schon mal gemacht. Haul vorbe. Auf geht's gerade. Auf geht's. Gämpft oder Traber. Ich bin. Oh mein Gott. Geht es doch mal! Land! 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 Sniper! Komm ich jetzt hier irgendwie rein? Hm. Wird ich hier rumlaufen? Teil Mann und zeig dich! Jetzt die Maju wie ein Mann kämpft! Land! 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 Jetzt die Maju wie ein Mann kämpft! Land! Jetzt die Maju wie ein Mann kämpft! Land! 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 Ja! Dann die Maju wie ein Mann kämpft! Land! 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 Ich hätte allerdings früher ausschalten müssen, glaube ich. Nein, das hat's nicht... Nein, danke. Ha ha ha! Ah! Oh nein, dere�les! Ja, zu transportieren! Das Rad fundieren, wasler, um zu springen, zu Testieren. Okay, also auf der Hand,imasen instructieren, um zu Taken... Abhauen ist Drecklos! Meine Fresse! Jetzt zieh mal zu wie ein Mann, Kemp! Brenn du Dreck, Sange! Sange, Hör! Jetzt zieh mal zu wie ein Mann, Kemp! Wir brauchen echt Trinkmonie! Jetzt habe ich es. Das Dach ist eine Möglichkeit. Es ist ein Gutes, Kemp! Was? Ja! Das Dreck! Das Dreck! Das Dreck! Das Dreck! Ja! Das Dreck! Jetzt ist ein Brack! Ja! Das Dreck! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich aber! Ich probier den Kompass! Ja, leck mich aber! 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 Zu dem Thema Wochenende muss ich euch auch gleich nochmal was sagen! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich! Ja, leck mich aber! Ja, leck mich aber! Aber ich möchte mir dieses Wochenende einfach mal kurz freinegen! Da komme ich sicher nicht raus! Sprich, ich werde morgen nicht streamen, ich werde Samstag und Sonntag nicht streamen! Weil, und jetzt kommen wir nämlich zum Grund, meine Nichte da ist! Also, meine Älteste, die Emi, auch hier aus Straßend! Und, ähm, ja, wir machen zum Tante-Nichte-Wochenende! Ähm, das hatte ich ihr schon mal seit längeren Zeit versprochen und das hat sie jetzt eingelöst! Und, ja, da meine Nichte aber zwölf Jahre alt ist, möchte ich sie ungerne, äh, hier mit ins Internet schleifen! Äh, wenn ich streame! Und wenn ich streame, will sie garantiert wahrscheinlich dabei sein und das möchte ich halt noch nicht! Sie soll erstmal mit zwölf noch außerhalb, äh, jetzt bleiben! Also, zumindest außerhalb, so, ne, vom Streaming-Bereich! Also, sie kann ja gerne zugucken bei anderen, aber, äh, hier nicht mit-streamen und so, das möchte ich noch nicht! Ähm, deswegen! Also, einfach mal bisschen Zeit auch mit der Löwe zu bringen! Äh, bisschen zeichnen, äh, mit ihr am Computer, weil sie ja auch ein bisschen gerne zeichnet! Und, äh, ja, dann, äh, paar Ausrüge machen mit ihr! Dementsprechend will ich mich auch gar nicht stressen wegen dem Streamen! Und deswegen gibt's dieses Wochenende halt kein Stream! Ne? Also, wie gesagt, ähm, ab nächster Woche Montag läuft wieder alles wie gehabt dann! Ähm, ich könnte vielleicht Sonntag auch noch ein Stream machen! Ähm, aber das wär mir ja ein bisschen zu stressig, weil ich weiß auch noch nicht, wann ich, äh, meine Nichte nach Hause bringe! Das kann, äh, früh sein, das kann mittags sein, das kann aber auch erst spätabend sein, nachdem wie lange sie denn noch gibt sein wird! Und sie muss ja dann Montag auch wieder zur Schule, ne? Also, dementsprechend, ja, ähm, muss ich dann natürlich ein bisschen drauf achten auch, ne? Ähm, deswegen, also, hab ich mir halt grundsätzlich gesagt, stream ich Sonntag nicht! Sondern dann geht's ab Montag weiter! Und nächste Wochenende bleibt wieder wie alles gehabt, das streamen wir wieder! Da machen wir auch wieder Sonntag den Kreativstream! Dann machen wir Petras Bild weiter! Und vielleicht schaffe ich das sogar in der Woche oder, äh, jetzt am Wochenende noch ein bisschen weiterzumachen schon! Ähm, das, äh, Petra dann auch schnell zu ihrem Bild kommt! Und, ja, ne, dann... Nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum ich denn nicht fühle! Am Wochenende! Hector! Gute Nachricht! Weil, wie gesagt, meine Lichter hat sich das schon lange gewünscht! Und, ja... So! Wirst du mit dem Deutsch schon weiter, hm? Fast geschafft, glaube ich! Fast geschafft, Sir! Ähm, mein Auto macht immer komische Geräusche, wenn ich... Na gut, fast geschafft, Sir! Ja, nee, aber, ähm, mein Auto macht halt komische Geräusche, wenn du das Lenkrad, ne, eindrehst, so! Also, so richtige Schleifgeräusche! Und, ja... Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut! Wenn's auch... Äh, das ist gerade wie bei Tombow, da alles brennt und stützt ein, nur weil ein Teil gestorben worden ist. Ja, ne? Äh, kommt mir auch sowieso bekannt vor. Tze, und was ist jetzt mit meinem Bild? Ja, dein Bild machen wir auch noch! Aber, wie gesagt, Petra hatte ja eine Kanalpunkte-Einlösung. Und Tenoctis hatte ja damals auch mit dem Bild Kanalpunkte-Einlösung. Und sowas wird dann natürlich auch gemacht. Und dein Bild mache ich ja so fertig, Mercy. Also, alles gut. Dein Bild kommt dann... Vielleicht machen wir das als nächstes. Mal gucken. Äh, ich muss es nur noch bestellen, ne? Also, du hattest mir ja damals die Größe geschickt, die du haben wolltest, und ich muss es ja nur bestellen über Amazon. Also, aber wenn es denn da ist, können wir das gerne im Stream zusammen machen. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das dann danach machen, wenn wir Petras Bild fertig haben. Also, oder? Ich zeichne ja für Petra jetzt gerade ein Bild. Ähm... Und dann schauen wir mal. So. Ähm... Ich werde jetzt hier erstmal irgendwo spawnen. Machen wir am besten hier. Und dann werden wir gleich speichern und dann werden wir gleich drehen. Denkst du an einen neuen Streamland? Ja, siehst du? Super. Super, dass du mich daran erinnerst. Den muss ich auch noch fertig machen. Stimmt. Da war ja noch was. Ähm... Ja, da denke ich dran. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Petra. Vielen Dank. Ähm... Wenn ihr merkt, dass ich das mal vergessen haben sollte, einfach mal zwischendurch irgendwie anschreiben, ne? Das kann immer mal mit untergehen. Ähm... Also, wenn ihr merkt, ich habe das vergessen, den aktuellen Stream dann reinzutun, dann einfach kurz anschreiben und so. Gein Ding. Super. Mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja sogar am Wochenende ein bisschen an deinem Bild weiterzumachen, Petra. Damit wir dann halt das nächste Wochenende, wenn wir das Streamen dann vielleicht nicht mehr so viel haben. Oder schon einen großen Teil geschafft haben. Und dass du dann auch schnell dein Bild bekommst, ne? Weil ich schicke dann praktisch deins mit Noctus seins zusammen los. Und ja. Ich muss ja auch noch dein Diamond Pending Bild losschicken. Was du über Kanalpunkte, äh... eingelöst hast. Das werde ich dann wahrscheinlich auch mit den Bildern zusammenschluss schicken. Das ist ja dann einfacher. Und dann schauen wir mal, wen wir noch einen Besuch abstatten. Hm. 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 habt ihr sonst noch jemanden also wenn ihr noch jemanden habt dann könnte gerne vorschlagen ansonsten suche ich jetzt ein ort und ich hätte da praktisch ja drei leute zur auswahl kommen wir machen können machen machte wie ein schnuppi durch können wir machen so dann wählen wir einmal wirst du wie also so steffi also so der nächsten steffi gut ja ich bedanke mich bei euch allen fürs reinschalten und wie gesagt an stream plan denke ich und ja dann sehen wir uns am montag wieder ansonsten hören und schreiben wir uns auf discord also ich bin am wochenende sicherlich trotzdem mal zwischendurch mit dem handy auf dem discord unterwegs also ja ansonsten hören wir uns montag zum nächsten stream wo weisen sie dort und ja dann macht's gut ich wünsche euch noch einen angenehmen abend einen guten start ins wochenende ja und wünsche euch auch falls wir uns nicht mehr hören ein schönes wochenende und bis mutag dann